So, Hallöchen, Willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ich spiele ein bisschen Open, während ich im Hintergrund ein bisschen an Anton beim Streamen zuschaue. Das war sogar Silber hier, lol. Nice. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, ich hatte überlegt Serie zu spielen, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, come on, ist egal. So, ne, weißt du. Na, jetzt übe ich einfach noch ein bisschen den Blaster hier. Und das mache ich eben in Anarchie Battle Open, weil das ist eine ganz gute Rotation. Clams wäre jetzt eigentlich, die ist jetzt nicht so verkehrt, aber ich bin aktuell ziemlich müde und habe deswegen nicht so Lust, mich in Serie kaputt machen zu lassen. Also spielen wir das und dann würde ich mal sagen, mach ich das Mikro aus. Und ja, viel Spaß, sollte hier wirklich jemand zuschauen. Jetzt, lass uns kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Oh, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Also, okay. die gehen alle, die gehen, die gehen, die gehen, die gehen, die denn von allen leuten so mich anwesend was machen was macht mein team ich sehe die überhaupt keine bosse kill ich habe ja schon erlebt dass leute bosse zu viel killen aber da war jetzt mein boss kill nein ach du scheiße muss jetzt der andere machen ich habe blutgeleckt muss reichen wird leicht auch die specials haben sich mehr gelohnt einfach drei stings und drei big shots damit geklärt alles klar trotzdem ein sehr eigenartiges ding bis hierhin aber egal solange das gewinnt gehe ich einfach weg die dann noch offline natürlich will nämlich was nicht weiter schlimm das hilft dir nichts aber ich muss aufpassen ich habe sehr low batterie mittlerweile fuck das wäre fast schief gegangen scheiße tut mir leid ich habe kurz das kabel eingesteckt genau schön kaputt gemacht gut gemacht gut das war ein gewonnenes ding wir enden mit einem sieg das ist doch schön ja eine serie hätte ich jetzt auch nicht mehr starten wollen ich hätte so ein junior noch wahrscheinlich eine easy win gekriegt in der ersten serie aber muss sie jetzt nicht sein ich fühle mich auch ein bisschen müde deswegen habe ich gedacht okay machen wir das so an der passt doch schon es ist so weird dass ich aktuell keinen popschutz fürs mikro habe na 0 3 ups aber weißt du was ich spiele noch zwei weiter dann habe ich das hier auch schnell fertig ist egal das war das war das war Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das fülle ich direkt auf mich. Das war's für heute. 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 Ich hatte meine Position falsch eingestellt. Das war's für heute. 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 im Game. Ich möchte es nur mal gesagt haben. Die Waffen sind sau leicht auch zusätzlich. Also... Ach du liebes bisschen. Es wird nicht viel leichter als das. Tut mir leid. Ich lass es in Squiffer durchgehen, dass er sagt, er kann Charger nicht. Okay. Oh come on. Alles andere ist Pinkel einfach, Digga. ich hab meine regeln nicht gefolgt egal ich brauche nichts zu machen ja und ich drücke den B-Knopf und mein B-Knopf sagt du stirbst aber nur wenn ich ignoriert werde okay dann lass uns das so machen ich geh da jetzt hoch ist mir jetzt egal so ich bin so im Arsch äh das Eis der Wraithrick ist kaputt diese Spieler sind absolut schrecklich es tut mir leid aber Hauptsache wir haben den Big Shot gecampt holy fuck hey sehen wir das positiv ich hab den Skirfer ihr habt die leichten Waffen jetzt ach du liebes ich wollte ja eigentlich mit einem guten Match aufhören aber das waren jetzt drei absolut beschissen schlechte Bär GmbH Games holy fuck na gegen die kann ich nichts tun ja das ist ein Lucky wurde ich wieder geschubst kreist Alter ich kann euch nicht helfen das kannst du vergessen keine Chance holy fuck gibt mir irgendjemand der das Spiel schon mal gespielt hat das ist die what the fuck bro ach du scheiße okay gut wir warten besonders lange auf ganz ganz neue Leute die ausdrücklich nicht aus derselben Stärke Klasse kommen wie diese drei Spieler bitte danke schön ach du scheiße tut mir leid das ist ja das war ja mal gar nichts holy fuck sechs Eier abgegeben okay okay ja nein ich möchte bitte ausdrücklich nie wieder mit diesen Spielern spielen das war ja total also sorry ey nee nee hätte ich nur aufgehört weiter zu spielen jetzt muss ich mir diesen Scheiß antun so bitte komplett neue Leute und ausdrücklich nicht die gleichen wie gerade dankeschön und ich mute mich by the way mal weil ich merke dass ich gerade wieder ziemlich tilte aber das waren jetzt auch absolute Bullshit Matches also what the fuck wo findet man solche Leute bitte nicht mehr ja danke das war ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist jetzt ein bisschen tricky. Das kriegst du tot. Das auch. Okay. Passt. Ja. Gut. Das ist das eine Ding. Ich sollte auf jeden Fall meine 1200 Punkte haben. Dass die Rotation so extrem sucken würde, hätte ich echt nicht erwartet. Holy fuck. Da war viel, viel Cholera und sehr viel Pest dabei. Das liegt über den Korb. Oh, das gefällt mir nicht. Geh da hoch. Wir kriegen sogar nach dem Boss. Na gut. Man nimmt, was man kriegt, gell? Oh, das ist der Freddy. Okay, von mir aus. Ich hatte auf einen der anderen Beine gehofft, aber das ist auch okay. Entschuldigung, ich war komplett außerhalb deiner Reichweite. Du fügst bitte niemandem Schaden zu, ohne dass eine Berührung stattgefunden hat. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, niemand kümmert sich um die Nussles. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht falsch. Der ist noch nicht tot. Ich dachte, er wäre tot. Weiter, weiter, weiter. Einfach wie verrückt draufballern. Das reicht ganz knapp nicht. Schade. Na gut. Es ist erfolgreich genug, um diese Aufnahme jetzt abzubrechen. Schade, Mann. Na gut, ich wünsche euch dann mal eine gute Nacht. Bye, bye und so. Bye, bye. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017